ich weiß noch gar nicht wie wir uns runter bauen wollen ich bin nirgendwo und nirgendwo sind wir gespawnt oder ist das portal gespawnt irgendwie sieht das auch noch nicht so richtig aus hier hat das denn alles zu ende geladen sind nämlich himmel normalerweise sieht man im neta doch gar keinen himmel oder wie falsch aus ich bin mir da nicht so ich bin mir da echt ehrlich gesagt noch nicht so sicher wie gesagt wir bauen da jetzt hier erstmal drumrum sind ja echt nämlich echt praktisch ich gar nix ist egal wir sind ja einfach mal so in der freiheit gespawnt scheiß portal so hab das mann schönen sachen ist weg aber warum sie ich denn da was die chance noch mal fixen oder was das gibt es doch nicht das ist ja nicht normal eigentlich bis ich den himmel hier sehe das halte ich für irgendwie etwas falsch so ich muss nochmal zurück wir brauchen kies wir brauchen auf jeden fall kies damit wir irgendwie hallo irgendwie runter kommen wir müssten ja genug kies eigentlich da haben was ist denn mit kies das ist der kies kies ah da huch da war der kies auch schon wieder weg dumm 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 ich bin zutiefst erschüttert und erschrocken zugleich ach guck mal das sieht doch schon mal dunkler aus das ist doch schon mal ja er ist noch im aufbauen ich glaub der baut nicht so weit auf kann das sein gerade kann das aktuell gerade so sein Wir müssen eh erstmal irgendwie da hinkommen. Mann, jetzt muss ich ja auch noch auf Peaceful spielen, gerade. Wie peinlich. Aber wir sterben die ganze Zeit direkt, wenn wir hier ankommen. Tot. Ich hoffe, der füllt jetzt mal irgendwie. Ah ja, doch. Oder? Ja, doch, doch, doch. Ich dachte schon. Oh, ich traue mich gar nicht, die... Oh, ich glaube hier runterfliegt. Ist aber ein zartes Luster hier. Ich kann mir die Monster auch besonders schwer machen, lese ich gerade. Das ist wunderschön. Das will ich aber gar nicht. Ich will einfach überhaupt mal was machen können. Das wäre sehr nice. Alter, ich habe gleich gar kein Kies mehr. Ja, neues Deck schon. Ich hätte vielleicht eher Sand hier nehmen können. Ich weiß gar nicht mehr, welches Kreuz überhaupt welches ist. Das ist, das ist, das ist, das ist gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, bei Roller. So, äh, sauber. Toll. Wir machen die Monster wieder an, äh, wenn wir gleich unsere Klamotten mal wieder haben. Vielleicht, weiß ich nicht. Eine Base schon ein bisschen gebaut haben. Fühlt sich ein bisschen feiger an, aber das ist ja hier echt anders gar nicht möglich. Ich sehe jetzt leider gerade gar nichts. Bis wohin die Steine sind, aber die sind noch scheinbar sehr tief. Die Fallen wohl noch sehr tief. Lalalala. Mann, ey. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ein bisschen sehr sogar. So. Ja, da kommt, ja. Ist ja noch ein Aufbau, oder? Stehen da. Naja. Oh, bloß die Shift-Taste gedrückt halten, ey. Bloß die Shift-Taste gedrückt halten. Ich bin total verwirrt. Ich bin total verwirrt. Ich bin total verwirrt hier. Meine Tastatur, er hat gleich einen Shift-Schaden. Das kann ich schon mal sagen. Also, die hat gleich einen Shift-Schaden. Nicht einen Hüft, sondern einen Shift. Ja, wie tief das geht, aber... So, unfassbar. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. mann er hat mich ein bisschen ist jetzt halt so auch da mal ich klatsche einfach kies jetzt hier immer schön nach Ich hoffe, damit kommen wir irgendwie schnell runter, vor allen Dingen. Ah, ich hätte Leitern vielleicht mitnehmen sollen. Ich hätte Leitern mitnehmen sollen, fällt mir gerade ein. Das hätten wir vielleicht versuchen können, oder? Na, die brennen aber direkt Holzleitern, ne? Die brennen hier direkt. Oder? Naja, gut, wir sind ja eh... Äh, Mist. Äh, toll. Ich kann ganz toll Sachen wegschmeißen. Ich kann ganz toll Sachen wegschmeißen. So toll Sachen wegschmeißen kann keiner. Ein begnadeter Wegschmeißer. Alter! Wie tief es da geht. Oho, Angst! Das ist bloß die... Shift-Taste nicht los. Hab ich nicht vor. Ja, da sieht man wieder, wofür Kies überhaupt gut ist. Was ist denn da unten? Da muss doch mal runtergehen hier. Hallo? Ich hab gleich gar keinen Kies mehr. Äh, das gibt's doch nicht. Das ist doch echt nicht... Mit... Mönch... 的... jerked Same-Taste nicht los. Tian-Taste nicht los. Meine k 모�res, den Link hat mich. Ich traue mich hier gerade gar nichts mehr. Ich traue mich echt hier gar nichts mehr. Ich bin gerade voll das falsche Stück. Ach, jetzt kann ich... Jetzt müssten wir vielleicht in die Richtung langsam gehen. Ich muss mir so einen kleinen Ansatz hier bauen. Alter, Papa, Alter. Wie Kies da auf der Strecke bleibt. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Aber wir sind ja auch echt in der Scheiß Gegend gespawnt. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Mit dem Portal, ey. Hätte ich das mal vorher gewusst. Mein Kies geht mir glaube ich langsam aus, wa? Ich würde es gar nicht mal nur noch einen Kies neu an. Ich hab keine Ahnung. Ich kann's ganz vorsichtig bewegen hier. Also irgendwie... Ich glaube, ich hatte das auch noch nicht geladen gehabt. Na. Kommt schon. Ich hab jetzt Angst, dass ich nicht da drauf lande. Na. Kommt schon. Irgendwo hier muss doch was möglich sein. Naja. Da vielleicht nicht unbedingt. Aber okay. Geht. Geht ja dann auch. Und dann gerne bei einem kleinen Kiesent. Und dann... ich baum ich vielleicht ja ich hätte mich vielleicht von unten hoch bauen das mache ich jetzt auch pass auf wir machen ganz einfach wir fangen von unten an das ist glaube ich um einiges einfacher von unten anzufangen und dann sich hoch bauen das ist glaube ich um einiges einfacher machen nämlich hier den kies aber gleich weg und dann bauen wir uns von unten hoch das ist viel viel achso ich habe ein bisschen Angst hier und kackstelzen hier aber irgendwie hat uns doch immer eine gegeben wie hoch wir dann müssen sehr viele grabsteine bei meinem glück land ich jetzt genau gleich in der laba flopp flopp okay da ist glaube ich gar nichts drin hier aus da sind wir ganzen sachen das ist doch schön das ist doch das ist doch kostbar aber wo sind meine eigenen sachen die hätte ich gerne auch noch mal wieder ich glaube ich ein glas dabei ich weiß es nicht so aber ach da ist noch eins und dann hauen wir uns mal eben hier ach so ne kommt hier so ein cheeseburger kommen uns herein hauen noch mal im feuer ach so ich habe gar keinen hunger ja pass auf zack in den reiserucksack feuerzeug in den reiserucksack glas holz stickys stein auch und dann können wir uns das zeug hier alles wiederholen zack 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 und zack das kommt hier hin so dann hat man glaube ich hier nirgendwo mehr was drin dann können wir das auch abreißen wunderbar da hat man auch nichts mehr drinne wunderbar und hier hat man auch nichts mehr drinne wunderbar und ich habe natürlich überhaupt keine schippe dabei da oben ist unser portal da oben ich aber nicht verstehe warum jetzt baut er weiter auf ah ok kann ich kann ich das vielleicht mit grafik einstecken alter ist so laut schläbewegungen an sichtweite 8 vielleicht mit 10 vielleicht vielleicht mit 10 vielleicht bringt das ja was mit 10 zusammen aufbauen sieht auch dann entsprechend besser aus so einen schwelenden gasblock wollte ich schon immer haben schon immer und vor allem diesen neta stein den wolle ich auch schon immer haben ja was ist das denn fleisch da habe ich mich erschreckt jetzt obwohl ja eigentlich nichts sein kann man ärgert mich das man das ärgert mich so aber kies gewinnt hier scheinbar das ist doch schön und zack 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 und ich muss die treppe vielleicht noch ein bisschen breiter und das weiß ich auch noch nicht das können wir vielleicht ja im nachhinein noch machen aber das ist ja kein problem eigentlich mann ich bin immer noch hin und weg hm naja ganz toll ganz ganz großes kino ich bin begeistert mann 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 ich bin immer noch nicht von wem ich weiß immer noch nicht wer uns die ganze zeit am runterkicken war ist das schlimme alter wie soll ich denn da hochkommen so erst hüpfen und dann vielleicht äh ne giechen Alter ich sehe nur Lava ich sehe nur Lava ich sehe nur Lava eigentlich bin ich ja schwindelfrei aber in dem fall hier glaube ich irgendwie nicht äh machen wir so ein kleines Podest hier hin genau ein kleines Podest ich krieche nur ich krieche nur wie man sieht ich krieche hier nur ich krieche mal hier so ich kriege unseren ganzen Sachen wieder unser Kies dauert jetzt natürlich jahre bis wir das äh fertig haben aber gut äh ist jetzt leider soo wir bauen uns auf jeden fall noch einen zweiten Weg von hier aus das äh gibt denn da ach da hinten hab ich denn irgendwo schon mal eine Nähterfestung gesehen hier ooooh soo na ne na na ne ist jetzt noch nicht fündig geworden jetzt habe ich natürlich keine Schaufel dabei das ist ja ein Träumchen ein Träumchen ist das? uah uah ich muss mir irgendwo ich muss mir noch eine Schaufel craften äh hallo da geht doch nicht und auch hier noch ein dritte ach so hee aber kein Stein mehr dabei haben so eine Art Geländer wo ich mir gebaut haben muss das ist ja für die ganz doofen bin ich hier bloß nicht runter klatsch so äh hammer flop 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 immer weg da so ja machen wir uns eine Eisenschaufel kommen was soll der was soll der Geiz ja machen wir hier mit ein hee 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 was was wollte uns der junge Autor damit sagen das war am und am Rasen ins Volk da ha 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 Die Schmerzen erhältst du eine Schmerzen. Die Schmerzen der Schmerzen Eine Schmerzen Die Schmerzen Der Schmerzen Die Schmerzen zack direkt hier nochmal drüber so fleischbrocken wunderbar meter stein was auch immer das ist ein traum ist das traum ich könnte so heulen folge die kann man zwei sekunden meter nennen oder so zwei sekunden im meter das ist der zwei sekunden meter wenn ich jetzt hier noch unterfalle dann kotze ich aber richtig ich finde hoch bauen ist irgendwie einfacher als unterbauen oder geht das nur mir so oder andere auch ich weiß es nicht also ich finde ich finde hoch bauen ist einfacher als ständige hintermauern ich trau mich nicht mein hauptproblem ich habe wieder angst dass ich hier runter düse die düse mach wehste man merkt dann überhaupt nicht die ich angst habe kaum hoch springen man merkt es überhaupt nicht zum glück falsche taste ich werde um uns geschehen hier ich bin ja schwindelfrei aber gleich nicht mehr wenn das hier so weiter geht hallo ne ne willst du mich denn verarschen so andere steine ich bin mich gerade am wundern warum ich nicht mehr vorankomme ne ne die monster mache ich hier jetzt während wir uns hochbauen bestimmt noch nicht an ey dann werden wir ja nie fertig das dauert ja jetzt schon hier jahre das dauert jetzt hier schon jahre ey damit wir überhaupt wieder zurückkommen daher mache ich die monster jetzt noch nicht an die monster irgendwann wollten wir ja auch mal wieder oben ankommen von da aus dann sicherlich auch noch mal den neta an sich erkunden erkunden erkundigen würde ich gerade sagen erkundigen vor allem genau die passende musik wenn man sich beschissen fühlt gerade wenn man gestorben ist achso ne ooff yard bin nicht dämlich bin ich dämlich schneller 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 boah bin ich dämlich da bin ich dämlich verdrühbar es recibi peter Jetzt hör doch mal auf zu brennen, ey. Ich weiß, dass ich ein Trottel bin. Jetzt ist gut. Alter, drück ich die falsche Taste. Wie abgefuckt ist das denn? Mann, ey. Ah, ah. Ich würde mich heute ohrfeigen. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ich merke gerade. Ich merke gerade, dass heute echt nicht mein Tag ist. Scheißwilter! Alter. What the fuck, ey. Oh, duppelten Boden oder irgendwie sowas, ey. Duppelten vor allen Dingen. Ich brauche einen duppelten Boden. Ich will ganz schnell wieder raus, hier. Ganz schnell. Ich trau mich gar nicht mehr. Ich will nicht mehr springen, Mami. So, erst kriechen. Kriechen, ey. Ich bleib jetzt immer kriechend, bis ich leider hüpfen muss. Ein Moment. Super.